Hey, hallo! Ja, es ist jetzt nicht mehr sehr, sehr lange bis zum neuen Jahr. Da werden wir alle die Korken knallen lassen, aber derzeit hat uns die Regierung, ja, so schäbig wie die sind, uns untersagt, Silvester zu feiern unter dem Motto erwische die mit Böller, kriegst du Straf. Man sieht schon, die Menschen lassen sich von der Regierung erniedrigen und erpressen. Wenigstens lasse ich mich von so einer Regierung nicht unterkriegen. Ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich auch für die vielen, vielen Treue und mit 2021 geht es munter wieder weiter. Davor kommen ja noch zwei Videos von mir und dann ab 2021 wird es ein Jahr geben, wo es viel zu kritisieren gibt. Und ich bin gespannt, ob ihr dann auch dabei seid und wir das Jahr 2021 besser über die Bühne kriegen, als wir das Jahr 2020, wo jeder einen Daumen nach unten getan hat. Bitte tut es mir eingefallen, lasst Daumen nach oben springen. Nach unten finde ich es ein bisschen doof, aber ja, euch noch gesegnete Tage. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs 2020 und für eure Nädigkeit. Ausgenommen sind die Regierungen, die uns wie kleine Kinder behandeln.